Glocken-Kondensat-Ableiter. Eigenschaften und Vorteile kurz zusammengefasst. Was kostet eine Tonne Dampf, die verloren geht? Eindeutig viel. Deshalb gibt es den Glocken-Kondensat-Ableiter. Dieser ist sehr robust, verschleißfest, hat eine lange Lebensdauer und Einsparungspotenzial, welches je nach Betriebsgröße der Anlage unterschiedlich ist. Doch wie funktioniert der Glocken-Kondensat-Ableiter? Sehen wir uns das einmal genauer an. Der Glocken-Kondensat-Ableiter ist mit heißem Kondensat gefüllt, also einem Medium, das vom Gasförmigen in den flüssigen Zustand übergeführt wurde. Am Glocken-Kondensat-Ableiter kommt aber nicht nur Kondensat an, sondern prozessbedingt auch Dampf und Luft. Wenn Dampf ungehindert in das Kondensatsystem gelangt, kommt es zu Energieverlusten oder noch schlimmer zu Dampfschlägen. Das kann wiederum zu erheblichen Schäden an den Leitungen führen. Bei Anlagenstart des Dampfsystems ist der Glocken-Kondensat-Ableiter in Offenstellung. Damit kann Luft- und kaltes Kondensat, welches beim Hochfahren in größerer Menge anfällt, ungehindert aus dem System entweichen. Somit können die erforderlichen Betriebsparameter so schnell wie möglich erreicht werden. Strömt Dampf in den Glocken-Kondensat-Ableiter, schwimmt die Glocke aufgrund des geringeren Gewichts des Dampfes gegenüber dem Kondensat auf und schließt den Ventilsitz. Dadurch wird Dampfverlust unmöglich und Energieverluste werden verhindert. Wenn der Dampf in der Glocke kondensiert, geht die Glocke nach unten und öffnet den Ventilsitz. Das anfallende Kondensat kann ungehindert abfließen und der Produktionsprozess wird nicht beeinträchtigt. Glocken-Kondensat-Ableiter Alle Vorteile auf einen Blick Staufreie Kondensat-Ableitung Robust und verschleißfest Lange Lebensdauer Frostsicher Schmutzunempfindlich Sehr gute Energieeinsparungen Um einen störungsfreien Betrieb und eine lange Lebensdauer der Anlage zu gewährleisten, ist eine regelmäßige Überprüfung der Kondensat-Ableiter erforderlich. Im Zuge eines Servicetermins für die Ableitermessung kann eine individuelle Beratung und Berechnung durchgeführt werden, um Einsparungspotenziale bestens auszuschöpfen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017